Am Fastnet-Freitag 1981 war ich mit meiner späteren ersten Ehefrau beim Tanz unterwegs und hat auch einer gefragt, darf ich mal mit ihrer Verlobten tanzen? Da haben sie gelachen, weil wir waren damals noch nicht verlobt. Das ist ein Stichwortgeber. Ich habe ja vorhin ein Bild gepostet, ich habe ja jetzt auch Zeit zu Kindergeburtstagen hinzugehen. Dägg heißt es ja auf Schwäbisch, Dägg, Geburtstdägg. Und das tut mir gut. Sie sehen mein Bild auf Facebook. Da habe ich die Übersicht. Da wollte ich schon immer die Übersicht haben im Leben. Und was wir jetzt machen, das kann man in Ruhe mal auf sich zukommen lassen. Jetzt ist ja noch nicht mal Frühling richtig. Aber hier sind viele Vögel zu hören. Das ist ja interessant. Ich bin ja nicht umsonst nittet im Nabu. Der sitzt hier auf einem Missbaum, der so pfeift. Hier links ist nicht viel. Also Wärmedämmung, Fassade, Außen. Da komme ich jetzt gleich vorbei. Und dann geht es weiter. Und dann geht es weiter. Vielen Dank.